Nach dem glänzenden Glock-Jubiläum letztes Jahr in den USA wird 2017 in Österreich gefeiert. Im Rahmen des International Showjumping kommen dafür am Wochenende die besten Reiter der Welt zusammen. Doch nicht nur. Denn wie immer haben sich neben Freunden und Geschäftspartnern von Veranstalter Gaston Katrin Glock auch wieder zahlreiche Superstars angesagt. Dass diese sehr hochkarätig sein werden, verspricht zum einen, dass die Gastgeber mit dem Turnier auch gleichzeitig das 30-Jahr-Jubiläum der Firma Glock feiern. Und zum anderen, dass bereits zum Auftakt kein geringerer als Robbie Williams am Programm steht. Robbie zählt bereits seit Jahren zu den Freunden von Gaston und Katrin Glock und wollte im Glock Horse Performance Center sein bereits fünftes Konzert für die elitären Gäste geben. Wer am Abend bei der Gala für Stimmung sorgen soll, wird allerdings noch geheim gehalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017